Hi, du willst in nur drei Monaten Data Scientist werden? Kein Problem, in diesem Video zeige ich dir das eine Geheimnis, was es dafür braucht. Okay, Scherz beiseite, ich habe so ein Geheimnis nicht und es gibt auch keinen, der so ein Geheimnis hat. Aber vielleicht kennt ihr solche oder ähnliche YouTube-Titel, wie ich sie jetzt benutzt habe und ich stoße auf YouTube, aber auch auf Seiten wie Facebook oder Medium.com immer wieder auf Artikel, wo Leute Anleitungen geben, wie man Softwareentwickler oder Data Scientist in gerade mal drei Monaten wird. Es gibt vielleicht einige ganz wenige, die das tatsächlich schaffen, aber die geben in der Regel auch nicht preis, was sie vorher gemacht haben. Von einem Systemadmin oder Programmierer ist es deutlich einfacher, zum Data Scientist zu werden, als jetzt von einem Dachdecker zum Softwareentwickler. Auch gar nichts gegen den Job, aber es ist einfach nicht IT-lastig und man muss in komplett anderen Mustern denken. Also man muss hier wirklich bei Null starten. Aber wie gesagt, trotzdem liest man sowas relativ häufig und ich habe jetzt hier mal so ein Beispiel-Curriculum, das ich im Internet gefunden habe, wo jemand gesagt hat, hey, ich möchte für kein Bootcamp zahlen, aber ich habe jetzt zwölf Wochen Zeit und möchte Data Scientist werden. Kann ich das damit schaffen? Und hier seht ihr dann eben dieses Curriculum, da steht dann Learning Python for Data Science in Woche 1, dann Statistik und Wahrscheinlichkeit in der Khan Academy, Data Analysis, ein Kaggle-Projekt, Machine Learning in Woche 5, dann sogar Deep Learning, noch ein Kaggle-Projekt, Databases, Hadoop, also Cluster Computing von Clodera und dann Storytelling und noch ein Kaggle-Projekt. Also inhaltlich ist es erstmal gut aufbereitet, aber es gibt gleich mehrere Haken bei der Sache. Der erste Haken ist die sogenannte Forgetting Curve. Man vergisst Dinge, die man gelesen hat oder gelernt hat, wenn man sie nicht regelmäßig nutzt. Diese Bootcamps haben zwar oft aufeinander aufbauendes Wissen, aber zum Beispiel dieses Curriculum hier nicht. Also hier hat man relativ viel unterschiedliche Themen und wenn man dann in Woche 12 angekommen ist, kann man eigentlich bei Woche 1 wieder bei Null starten, weil man die Sachen einfach wieder vergessen hat. Das ist völlig natürlich und das kann man auch nicht verhindern. Das wird aber bei solchen Projekten einfach oft ignoriert. Also laut dieser Forgetting Curve vergisst man nach nur 20 Minuten schon über 50% von dem, was man gelesen oder gelernt hat und innerhalb von einer Woche hat man maximal 5-10% von dem Gelernten noch im Kopf. Wie man nach einer Woche nicht alles vergisst, sondern wirklich gut lernt, muss man auch erstmal lernen. Das heißt, sogenanntes Meta-Learning sich hier erarbeiten. Dazu habe ich auch ein Video gemacht. Wenn es sich interessiert, hier einfach auf den Link klicken. Link findest du auch nochmal in der Beschreibung. So, der zweite Haken ist dann, man weiß nicht, wie diese Themen zusammenhängen. Also wie jetzt Hadoop mit Python zusammenhängt, wie jetzt eine Datenbank irgendwie mit Storytelling zusammenhängt. Also man kennt dieses Big Picture einfach gar nicht und dafür braucht man eben Erfahrung und da müssen diese ganzen Projekte auch irgendwie ineinander greifen. Und das lernt man nicht, wenn man einzelne Kurse macht, weil die ja wirklich nur themenspezifisch sich eben fokussieren. Dritter Haken ist, es gehört zu einem Job noch viel mehr dazu, als es nur Machine Learning oder Coding. Zum Beispiel Teamwork, Stressmanagement, Zeitmanagement, Präsentationsskills. Man muss Projektmanagern erklären können, was man gemacht hat. Man muss in einem Team agil arbeiten können. Und sowas lernt man wirklich nur in der Praxis, aber nicht, wenn man eben alleine von dem PC Online-Kurse macht. Hat dann alles gar keinen Sinn oder will ich euch einfach nur demotivieren? Also nee, definitiv nicht. Ich möchte nur ein bisschen die Sinne dafür schärfen, dass ihr euer Geld nicht in den Rachen von irgendwelchen Leuten werft, die euch unrealistische Versprechungen machen. Als Softwareentwickler oder Data Scientist gehört man zu den Top 20 oder sogar Top 10% der bestbezahltesten Personen in der ganzen Bundesrepublik und hat gleichzeitig noch einen relativ stressfreien Job. Und wenn es so wäre, dass man diese Skills innerhalb von drei Monaten mal eben so lernen könnte, dann würden diese auch nicht so gut bezahlt werden, weil es eben viel mehr Leute machen könnten. Und ich finde auch, dass solche Success-Stories nicht wirklich motivieren, vor allem dann, wenn man selbst irgendwie Probleme hat. Also ich habe definitiv mehr als drei Monate gebraucht, um Job-Ready zu sein. Also fühlt euch nicht schlecht, wenn ihr nach drei Monaten vielleicht immer noch Probleme habt, einfache Loops zu schreiben oder Basic Pandas Operations durchzuführen. Das ist vollkommen normal. Und ich denke, um Job-Ready zu sein, sollte man in Jahren denken und nicht in Monaten. Vielleicht am Ende nochmal ein motivierendes Beispiel vom letzten Wochenende. Da kam jemand aus unserem Discord-Server auf mich zu, hat gemeint, hey, ich habe da ein Discord-Bot geschrieben, kannst du den vielleicht bei dir irgendwie implementieren? Und der hat mir erzählt, er hat ihn in seiner Freizeit gemacht, hat das ein bisschen ausprobiert. Und das Interessante dabei ist, er ist gerade mal 13 Jahre alt. Also der hat das wirklich zum Spaß an der Freude gemacht. Code war natürlich jetzt nicht perfekt geschrieben, aber das ist meiner Meinung nach die richtige Einstellung, wie man das Ganze lernt. Also indem man eigene Projekte hat, rumprobiert, es muss nicht alles perfekt sein. Aber indem man wirklich Spaß dabei hat und sich ausprobiert, lernt man das Ganze und dann kommt alles andere auch danach von selbst. Also mein einziger Rat hier ist, werft das Geld nicht zum Fenster raus, habt Spaß bei der Sache, nehmt euch die Zeit, macht Fehler und genießt eure Journey. Völlig egal, was am Ende dabei rauskommt. Vielen Dank fürs Anschauen bzw. Zuhören. Wir sehen uns, bis dann.